Ich bin Daniel von Wagner und das ist mein Lieblingsroller. Dieser coole Pflanzenroller ist aus Bauchstahl, mega tragstark und hat überhaupt kein Problem, bei schlechtem Wetter draußen zu stehen. Weil die Rollen eine softe Lauffläche haben, kann der Roller auch problemlos im Innenbereich benutzt werden. Und was mir besonders gefällt, der Look im Industrial Design. Dein Richtungsstil trifft genau meinen Geschmack. Top! Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Meine Pflanzen kommen in jedem Fall nur auf meinen Lieblingsroller. Original und exklusiv von Wagner.